Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Marktschwabener, herzlich willkommen in 2020. Ich bin gerade auf dem Weg zur Mitgliederversammlung und zur Vorstandswahl der Zukunft Marktschwaben und wir schauen jetzt einfach mal rein, was da so alles passiert ist. Dieses Jahr haben wir Kommunalwahl in Marktschwaben und ich freue mich jetzt ganz besonders mit dem Bürgermeisterkandidat der Zukunft Marktschwaben zu sprechen, Sascha Hertel. So, ich sitze jetzt hier nach der Mitgliederversammlung, denn währenddessen dürfen wir ja leider nicht mitfilmen. Aber ich freue mich ganz besonders jetzt auf den Bürgermeisterkandidaten Sascha Hertel. Und Sascha, sehr schön, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Wie fühlst du dich denn jetzt, nachdem du einstimmig gewählt wurdest, dass du wieder Bürgermeisterkandidat bist? Ich freue mich. Ich habe gerade eben das einstimmige Votum der Mitglieder gekriegt und darf wie 2014 auch als Bürgermeisterkandidat der Zukunft Marktschwaben antreten. Ich freue mich auf einen intensiven und erfolgreichen Wahlkampf und hoffe einfach darauf, dass Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, mir am 15. März ihr Vertrauen schenken und ich als Ihr Bürgermeister danach wirken darf. So, lieber Sascha, vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Ist ja schon mal ganz interessant zu hören. Du bist ja damals, 2014, auch schon mal als Bürgermeisterkandidat angetreten, wie du gerade eben schon mal gesagt hast. Ziemlich erfolgreich, auch mit 20 Prozent damals. Was ist denn der Unterschied zum damaligen Wahlkampf 2014 zu heute? Ja, 2014 war ich ja noch völliger Neuling, hatte natürlich die ganzen Themen im Wahlkampf schon drauf. Aber das fundierte Wissen, was ich jetzt als Gemeinderat in den letzten sechs Jahren wirklich erwerben konnte, die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung und auch das nähere Kennenlernen, was sind wirklich die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger. Das hat mir 2014 noch gefehlt und das will ich jetzt einfach einbringen zum Wohle von Mark Schwab. So, das ist ja alles ganz interessant. Jetzt warst du sechs Jahre lang im Gemeinderat, hast das alles so gesehen, mitbekommen. Wieso kommst du dann auf die Idee, nochmal für den Bürgermeister zu kandidieren, weil du ja jetzt halt gesehen hast, was das für eine immense Arbeit ist. Also die Arbeit im Gemeinderat macht mir einfach viel Spaß. Ich möchte halt auch der Gemeinde, meiner Heimatstadt auch was zurückgeben. Und ich sehe halt im Gemeinderat als normales Gemeinderatsmitglied, da kann man zwar Anträge einbringen, aber wirklich gestalten, das kann man nur als Bürgermeister. Und der Herausforderung möchte ich mich gerne stellen, zum Wohle meiner Heimat. Selbst wenn Sascha Hertel nicht Bürgermeister wird, ist er heute auf der ersten Liste und auf dem ersten Platz der Gemeinderatsliste erschienen. Und es ist ganz interessant, weil der Sascha, wie gerade eben schon gesagt hat, einfach den Mark Schwabner Ort voranbringen möchte. Die letzte interessante Frage ist, gut, politisch engagiert, kennst dich damit aus, setzt dich damit auseinander. Warst du denn schon mal politisch engagiert bei einer anderen Partei? Nein, ich habe mich noch nie in einer anderen Partei engagiert. Ich war zwar schon immer politisch interessiert, aber mich hat es einfach abgeschreckt, wenn du diese ganzen etablierten Parteien dir anguckst. Du musst dich hochdienen, du musst dem Mainstream folgen. Ich wollte einfach von Anfang an selber was machen, selber gestalten. Und da war halt 2013 das richtig, dass Dr. Hubert Bauer uns aufgerufen hat, eine eigene Wählergruppe gründen wollte, zum Wohle für die Bürger, einfach als Kümmerer. Und da habe ich gesagt, da bin ich dabei, da engagiere ich mich. Das ist doch mal wirklich ein sinnvoller Aufschlag für Mark Schwaben. Weitere Videos finden Sie jetzt schon auf YouTube unter der MySimple Show, die wir schon vorab gedreht haben. Aber weitere Videos zu Sascha Hertel, unserem Vorstandsvorsitzenden Wolfgang Korda oder den Gemeinderatskandidaten finden Sie in Kürze auf unserem YouTube- und Facebook-Kanal. Vielen Dank. Vielen Dank.